Yo Leute was gedacht was gedacht Verkackt Mach Pause weg Ich hab verkackt Scheiße Yo Leute was gedacht was gedacht Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Heute haben wir eine Challenge vor mit meinem Bruder Moin Wir machen heute eine Challenge Leute Wir haben hier verschiedene Produkte auf dem Tisch Es gibt Originale auf dem Tisch Ihr kennt's, Aldi macht's möglich Das muss jeder Kanake kennen Freeway Cola Hier haben wir auch Fanta Original gefälscht Wie ihr seht Genau und hinter der Kamera ist mein Vater Wir haben unsere Augen natürlich zugebunden Und er gibt uns dann halt die Original und Gefälscht Und wir müssen erraten welches richtig ist Der Verlierer am Ende des Videos Kriegt eine Strafe Möge der Bessere gewinnen oder? Möge der Bessere gewinnen Fair Play So dann los Siehst du was Pri? Nein, Roller ist ja auch nichts Ich bin nicht an meiner Hand so Nicht mal Gar nichts? Nein Ich bin nicht an meiner Hand so Ich bin nicht an meiner Hand so Ich bin nicht an meiner Hand so sehr schön echt? ich habe es schon geschafft das war so viel für Schokolade soll ich mit dem Mittag machen? das war gleich Das schmeckt gleich. Wallah, das schmeckt echt gleich, ja? Wallah. Ich glaube, ich habe meinen Disch aber jetzt keine Ahnung. Wallah, ich dachte ja auch am Anfang. Scheiße. Erstmal war Original. Sag erstmal war Original. Ich sag zweitmal war Original. Immer haben wir gesagt. Wallah, ich wusste direkt, Alter. Scheiße. 1-0. Brät, mach deinen Mund auf. Willst du was essen? Mh. 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 Brät. Scheiße, die sind gefälscht. Ich meine, ich... Einiges gefälscht. Nein, ich meine Original. Entschuldigung. Oh, Entschuldigung. Bruder, vorbei, Alter. Wir haben gesagt, wurde gefälscht. Ich war natürlich, ich wusste, ich wollte eigentlich erst Original. Bruder, okay, komm. Wer hat eins gesagt? Ich habe eins auch gesagt, komm. Eins habe ich auch. Beide. Okay. War richtig? Ja. Bari, du hast aber auch die Maske hoch, ne? Hä? Du hast die Maske hoch, ne? Ja, Bruder, ich sehe nichts. Dreh. Boah, ich glaube, das wird jetzt schwierig machen. Boah. Keine Ahnung. Okay, ich bin fertig. Alter, der schluckt die runter. Du musst kauen. Ich weiß so weit. Boah, das ist schwer, Bruder. Ich weiß es. Boah, das ist schwer. Ich weiß so weit. Aber ich weiß auch. Zweites Original. Beide, ne? Ja. Jetzt kommt das Schwere hier. Echt? Boah, endlich trinken, Bruder. Mein Mund. Boah, weißt du, was der trinken meint? Ja, hast du nicht gehört? Wallah, der will mir vor den Leuten sagen, dass ich 5 Müll abfahre. Wallah, eifelig. Gott ist mein Zeuge. Boah, bei Getränken bin ich jetzt echt gespannt. Bruder, du hast dein Leben lang gefälschte Cola getrunken. Ja. Ihr habt ihr Getränke. Das ist ein Getränke. Alter, wie lange ist das? Boah. Keine Ahnung. Dann machen es euch einfach Getränke. Boah, das ist schwer, Bruder. Zwei Original. Echt? Boah, ey. Das war geraten. Bruder, das war aber richtig schwer. Das war sowas von geraten. Das war richtig schwer bei mir, Alter. Boah, meine Nase juckt übertrieben da. Lass nicht kratzen. Das ist gegen die Regeln. Du musst das an unsere Hand geben, ne? Das juckt ja gut. Boah, meine Nase juckt. Ich trinke gleich mit meiner Maske, Alter. Das ist auf jeden Fall... Das ist schwer. Bruder, das fühlt sich auf jeden Fall schwieriger an. Ja. Dieses Getränk ist schwieriger. Das andere war auf jeden Fall leichter. Boah, das ist auch schwer, Bruder. Du musst auch echt raten. Zwei ist Original. Zwei ist Original. Erst Original. Bitte, Mavi sei ehrlich. Falsch. Falsch. Ja! Niemals. Ja! Wallah! Scheiße, Alter. Niemals, Alter. Wallah, niemals. Bruder, du musst den hier einschalten. Du siehst das nicht. Das ist gehört. Hey, warte mal. Ja, ja. Bruder, dann kommst du, ob du das Gepäntchen gehörst. Das schmeckt auch immer besser. Das schmeckt auch immer besser. Wad machte da? Wollah, du musst das schmecken. Ey, wad machte da? Das schmeckt auch immer. Okay. Zwei ist Original. Hä? Erste Original. Zwei ist Original. Falsch, Bruder. Hab ich richtig? Ja. Wie viele Produkte habe ich noch? Letzte Produkt. Okay. Kriegst du auch was? Ich kann mich gar nicht daran erinnern, wenn ich das letzte Mal Chips gegessen habe. Das ist schwer bei dort. Warte mal. Wir sind in meinem Mund. In meinem Mund. Du bist in meinem Mund. Und ich auch. Das ist schwer bei dort. Ja. Okay, dann habe ich. Warte mal. Ich bin noch am ersten. 2 ist original. 2 ist original? Ja. Falsch. 2 ist falsch. Boah krass. 1 ist original. Nein. Oder ab heute, ich kaufe nie wieder irgendwas. Ist fertig? Ja. So Leute, auf jeden Fall. Wir haben uns mal noch was überlegt. Zum Schluss. Wir haben hier Kinder Überraschungsei. Ein richtiges Ei haben wir hier. Und mein Vater vertauscht hier jetzt. Wir haben die Augen natürlich gebunden. Wir müssen eine von den beiden ausführen. Das heißt, einer von uns wird ein Ei natürlich essen. Der gibt uns das wieder in unseren Mund. Wir müssen direkt reinbeißen bei drei zusammen. Das heißt, wenn der Bach jetzt zum Beispiel das echte Ei reinbeißt, dann wird er direkt verloren. Habe ich direkt verloren. Das ist quasi die letzte Chance für mich. Ja, das ist jetzt sein Joker quasi. Und genau, wir haben jetzt hier die Mülltüte damit, falls einer von uns jetzt gleich das bekommt. Also ja. Links oder rechts? Ja, genau. Sag lieber so. Links oder rechts? Ich nehme links. Also das, was auf meiner Seite ist. Links? Links diese Seite. Dann Mund auf. Warte, Alter. Mach den Mund ganz auf. Warte, Bruder. Mach den Mund ganz auf. Warte, Bruder. Sag weiter. Bruder, ich schreit. Warte, Bruder. Warte, Bruder. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Hier so. Eins, zwei, drei. Ich hab das geißen. Ich hab das geißen. Was hat er gegessen? Warte, Checkpost. Ja. Da hast du davon. Ich fach mich schon den ganzen Arm ab. Seid ihr gegönnt, Bruder. Seid ihr gegönnt, bin ich vorliegt. Das ist so ekelhaft, Alter. Ekelhaft, Bruder. Ekelhaft, Bruder. Ekelhaft, Bruder. Boah, ich hab ein bisschen Wartig sein hier. Ist doch alles mit einem. Boah, Bruder, ekelhaft. Mein Gott. Du hast verloren. Verloren, verloren, verloren. Scheiße, Alter. Aber was ich nicht verstehe. Hier gibt es ein Eier. Und da gibt es auch ein Eier. Warte, schau. Hier, ne? Sein Vater hat das eingelegt bekommen. Ey, Wallah, Alter. Ich kann nichts ab hier. So, Leute. Auf jeden Fall. Wir sind jetzt am Ende des Videos angekommen. Wir sind jetzt fertig. Wir wurden fertig, ja. Beide hops genockt von meinem Vater. Zweimal. Zweimal hat er uns reingelegt. Hier waren eigentlich die Eier. Auf jeden Fall, wir haben beide reingebissen. Der hat das erst später gecheckt. Der hat das gar nicht gecheckt. Du hast das gecheckt, Bruder? Eigentlich gar nicht. Und der freut sich schon, dass der gewonnen hat. Ich habe das auch geändert. Wir beide haben uns beschlossen, dass wir fair bleiben. Und wir nehmen die Bestrafung beide zusammen an. Genau. Das heißt, wir werden die Bestrafung zusammen machen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Das Video, also die Bestrafung kommt auf jeden Fall die Tage auch online. Wir werden das separat machen, sonst wäre das Video einfach viel zu lang. Und deswegen würde ich sagen, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Abonniert meinen YouTube Kanal. Voller gestern. Genau. Folgt uns auch auf Instagram. Ich verlinke die Sachen alles unten in meiner Bio. Und genau. Bleibt auf jeden Fall dran. Bleibt gespannt. Und ich freue mich schon. Ich auch. Dann sehen wir uns bei der Bestrafung. Auf jeden Fall. Tschau, Leute. Tschau.